Grüße. DEMOCRATS Das könnte mein letztes Buch sein. Die Ritter der Reue sind Fischfleisch. Ich schreie gehört, als sie von den Kreaturen zerrissen und zerschleisch sind. Ich wollte nicht wie die anderen Enten, als Blutspitze an der Wand. Die Stadtmauern, die einst für unsere Sicherheit sorgten, sind nun zu unserem Gefängnis geworden. Ich bete, dass die Kapitale Waldverstärkung schickt und Erbarmen zeigt, wenn sie von meiner Feigheit erfährt werden. Ich höre nichts mehr. Ich werde versuchen zu entkommen. Ich werde versuchen zu entkommen. Ich werde versuchen zu entkommen. Nein. Und ich werde wirklich aufpassen! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.